Hallo Leute, grüß euch von Nützbusch, Bergisch Gladbeck. Chris ist auch dabei. Und Mitko. Mit seiner Santa. Hier sind wir auf dem Monsterjumps. Da ist auch geil. Ich zeige kurz, wie das aussieht. Ganz viele Strecken von ganz links. Ich sehe nur Sprünge, überall. Guck mal, da Sprünge, da Sprünge. Da, 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 überall. Weiß nicht, wer hier sollen wir fahren. Zuerst fahren wir die Größte. Ganz Größte, wie hier. Kamera an? Jo. Ich folge dir. Alles klar. Let's go. In der Nähe. In der Nähe. Ganzes Wiesentrum. Wie sieht Geschwissen aus. In der Nähe. In der Nähe. Da, das war. Ein Problem. Das, was mir vor, dummy. da kann man schneller am ende kann man schnell aber der ist der kick auch also hier ist hier ist für die jeder etwas ne ich dachte den macht er der ist der ist gut die kick in mir hat so viel ja ok das war gut ich komme hier irgendwie nicht so bequem ja ich bin sicher mit abstand bunny hop ja Ach, Schief, Junge! Ja, Mann! Yes! Das war so tricky! So Leute, wir haben den mittleren Rhein, also nicht ganz links. Der rechte habe ich schon dreimal geschafft. Zweite Mal bisschen tricky, aber trotzdem für das erste Mal bin ich einfach sehr, sehr zufrieden. Jetzt fahren wir mehr. Jetzt füge ich es. So eine Einstellung. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. Und jetzt, die hier kommt, wenn ich nach oben bin, dann geht, auf. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen, wenn wir hier. okay mit deinem Lenker Hier ist einfach Bike Paradise, ne? Ja. Ja, wann denn die so ich vorfahren? Ja. Ich habe voll gebremst hier. Ja. Der ist schon aber. Ja. 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 Perfekt. Junge. Ja. 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 ich bin auch zufrieden wie du gesagt hast hier bietet mehr als wir können ist wie ein bikepark sehr geil sind so fette sprünge auch für für jeder braucht man nur motivation genau viel airtime wir werden noch mal hier hinkommen auf jeden fall kann man absolut empfehlen aber das stimmt aber nächstes mal fahren wir aus dem winterschlaf rauskommen ja und ja selbstverständlich suchen wir ja nächstes mal etwas anderes und dann sehen wir ok schluss mache die kamera aus wo ist das hier ja vielleicht ja gleich ja tschüss